Lissandro López ist ein argentinischer Fußballspieler auf der Position eines Stürmers. Biografie Nachdem er 2003 von der Jugendmannschaft seines Vereins Racing Club Avila Neda in den Profikader wechselte, etablierte er sich dort sofort als Stammspieler und erzielte viele Tore für seinen Klub. Das weckte das Interesse des FC Porto, der ihn im Juli 2005 für umgerechnet 3,85 Millionen Euro verpflichtete. Mit Porto gewann López vier aufeinanderfolgende Jahre den portugiesischen Meistertitel. In der Saison 2007-08 war er mit 24 Treffern portugiesischer Torschützenkönig. Im Juli 2009 wechselte López für 24 Millionen Euro zu Olympique Lyon. In Frankreich wurde er bereits nach seiner ersten Saison zum Ligue 1 Spieler des Jahres gewählt. Im Sommer 2013 wechselte er von Lyon zum siebenmaligen katarschen Meister Algarafa aus Doha. Erfolge Vereinstitel Portugiesischer Fußballmeister 2006-2007, 2008-2009 Portugiesischer Fußballpokal 2006-2009 Portugiesischer Supercup 2006. Auszeichnungen Torschützenkönig in der argentinischen Primera Division 2005. Torschützenkönig in der portugiesischen Superliga 2008. Fußballer des Jahres von Portugal 2008. Liga 1 Spieler des Jahres